Konnichiwa Minasan! Kinder in Japan bekommen keinen Kindergartenplatz. Das Problem mit der Kinderbetreuung. Auf Japanisch heißt das Ganze Taiki-Jido und darunter versteht man, dass man sein Kind bei einem Kindergarten anmeldet oder aber auch bei einem Hort oder Kinderkrippe. Ich weiß nicht, was da das richtige Wort auf Deutsch für ist. Meistens geht es um die Kinder, die zwischen 0 bis 3 Jahre auch alt sind. Da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall heißt dieses Taiki-Jido, man meldet sein Kind an und bekommt aber keinen Platz, sondern muss warten. Und das ist in der Tat ein relativ großes Problem, vor allem in japanischen Innenstädten. Also großen Innenstädten vor allem auch, wie zum Beispiel Tokio oder aber auch Osaka. Das heißt, man hat zwar theoretisch die Berechtigung auf so einen Platz, bekommt aber keinen, weil eben zu wenig Plätze vorhanden sind. Und da fragt man sich natürlich, oder das ist das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, Moment mal, Japan hat ein Problem mit einer zu niedrigen Geburtenrate. Das heißt, es werden zu wenig Kinder geboren, aber es sind zu wenig Kindergartenplätze vorhanden. Wie kann das sein? Wenn schon so wenig Kinder da sind, müsste es dann nicht andersrum so sein, dass eigentlich viel mehr Plätze da sind und zu wenig Kinder. Das ist zumindest das, was ich als erstes gedacht habe. Aber nein, ich lag da ein bisschen falsch. Denn das Ganze hat mit vielen verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren zu tun und die wollen wir uns jetzt alle genau anschauen. Das erste Mal, dass es zu einer Knappheit an Kindergartenplätzen kam, war so in den 1960ern und 70er Jahren, mit den Babyboomer-Jahren. Da hatte man nämlich dann genau das Problem, dass zu viele Kinder auf einmal da waren und die Kinderkatschtagesstätten oder die Kindergärten nicht darauf vorbereitet waren, dass da auf einmal so viele Kinder kommen. Und so kam es eben dann zu einer Knappheit, weil es zu viele Kinder auf zu wenig Plätze gab. Danach hat sich das Ganze dann wieder ein bisschen normalisiert, es wurden mehr Kindergärten gebaut und so. Das System hat sich ein bisschen darauf eingestellt. Aber dann, so in Enden der 1990er Jahre, da wurde das Ganze dann wieder zum Problem. Warum wurde das Ganze da zum Problem? Weil natürlich 1989 die Bubble in Japan geplatzt ist. Das heißt, Wirtschaftskrise war am Start. Und das hieß vor allem für die Japaner, dass sich ein Wandel in der Geschäftswelt vorzogen hat. Weg von diesen super langen Festanstellungen. Das heißt, man geht in ein Unternehmen nach der Uni rein und dort arbeitet man dann bis zur Rente. Das war halt der Standard während der Zeit des wirtschaftlichen Hochwachstums in Japan. Und mit dem Platzen der Bubble hat sich angefangen, das alles ein bisschen zu verändern. Der Teilzeitsektor wurde immer größer und größer. Das Familienbild, dass der Mann der Ernährer der Familie ist und die Frau die Hausfrau ist, das ist zwar heute auch bei in vielen Familien noch so, aber es ist viel, viel weniger der Fall, als es damals noch der Fall war. Das heißt, das Ganze begann zu bröckeln. Und mittlerweile haben wir den Fall, dass in vielen Familien, auch in Japan, es so ist, dass die Frau arbeiten muss, da ansonsten das Gehalt des Mannes nicht ausreicht, um die Familie mit Kindern zu ernähren. Das ist halt das, wo es momentan in Japan auch hingeht. Es ist noch nicht ganz so schlimm wie in Deutschland, würde ich sagen, aber es entwickelt sich in diese Richtung auch hin. Und die bisherigen Entwicklungen haben zumindest schon dazu geführt, dass eben viele Hausfrauen oder Frauen, die Hausfrauen vielleicht auch sein wollen, dann sagen müssen, okay, ich muss das Kind irgendwie in den Hort geben, ich muss das in die Betreuung geben, irgendwo in den Kindergarten oder so, weil ich muss arbeiten. Wenn wir nicht arbeiten, dann funktioniert das hier nicht. Und das ist natürlich dann auch ein Grund dafür, warum die Kindergartenplätze knapp werden. Denn die Frauen, also immer mehr Frauen müssen arbeiten gehen. Und das heißt, immer mehr Kinder müssen von irgendjemandem betreut werden. Und das hat dazu geführt, vor allem dann in den letzten Jahren, seit dem Ende der 1990er Jahren, dass eben die Kindergartenplätze, die bisher gereicht haben, nun nicht mehr reichen, weil mehr Kinder in den Kindergarten wollen, weil mehr Frauen und Männer gleichzeitig arbeiten gehen müssen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Bevor wir jetzt aber nochmal ein bisschen genauer in die Gründe gehen und uns weitere Gründe anschauen, wie schlimm ist es denn eigentlich? Momentan, nach offizieller Statistik, warten ungefähr 20.000 Kinder auf einen Kindergartenplatz. Man geht aber davon aus, dass die Dunkelziffer ein bisschen höher ist, denn die Art und Weise, wie die gezählt werden, ab wann man offiziell jemand ist, der wartet, das ist so ein bisschen schwammig, da hat die japanische Regierung versucht, das ein bisschen schöner zu machen vielleicht, als es ist. Deswegen geht man davon aus, dass von wirklichen Leuten mit Dunkelziffern ungefähr 70.000 Kinder sind, die auf einen Platz warten. Man muss aber auch sagen, ob man auf einen Platz warten muss oder nicht, das hängt stark davon ab, wo man wohnt. In großen Städten wie in Tokio oder Osaka ist es schon mal sehr schwierig, einen Platz zu bekommen, aber wenn man irgendwo in ländlichere Regionen geht oder in Städte, die nicht ganz so groß sind, dann kann es super, super einfach sein, einen Platz zu bekommen und es sind vielleicht mehr freie Plätze da, als Leute, welche brauchen. Also das hängt stark davon ab, wo man wohnt und deswegen kann man in Japan dann auch auf verschiedenen Seiten, kann man immer gucken, wenn du da wohnst, dann warten so und so viele Leute, wenn man da wohnt, dann ist die Situation so. Also das ist eine Sache, die sich auch stark von Stadt zu Stadt und Ort zu Ort unterscheidet, aber vor allem in den großen Städten, da warten eben relativ viele. Kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen zu den Gründen. Ein Grund ist natürlich, dass in Städten wie Osaka oder Tokio viele, viele Menschen auf engem Raum leben und deswegen natürlich auch viele Kinder auf engem Raum zusammenkommen, sage ich jetzt mal. Das heißt, da entsteht dann eine natürliche Knappheit an Kindergartenplätzen, weil einfach zu viele Kinder auf zu wenig Plätze da sind und man natürlich in den Innenstädten jetzt auch nicht mal eben so ein paar neue bauen kann. Die Mieten sind relativ teuer. Dann wird das natürlich auch für die Eltern wieder teuer. Man muss in der Regel bezahlen natürlich für diese Plätze, was natürlich auch ein bisschen komisch ist, weil dann geht die Frau arbeiten, meistens Teilzeit, um noch ein bisschen Geld mit reinzubringen und muss aber ein Teil dessen, was sie wieder erwirtschaftet, wieder ausgegeben werden für den Betreuungsplatz, so dass sich das am Ende zwar irgendwie rechnet, aber so richtig toll ist das natürlich auch nicht. Außerdem kann man wohl sagen, dass einfach die Kindergärten und der Bau dieser Kindergärten einfach nicht nachgekommen ist mit dem gesellschaftlichen Wandel, der sich da vollzogen hat. Gerade, dass die Frau nicht mehr Hausfrau ist, das ist natürlich eine Sache, da haben die Kindergärten, haben das noch nicht so schnell jetzt geschafft, da neue zu bauen und alles und da kommt dann natürlich auch eine Knappheit in den Städten zustande. Aber auch ein weiteres Problem ist, dass es Mütter gibt, die die Elternzeit verlängern wollen und als Grund für die Elternzeit dann auch angeben wollen, dass sie die verlängern wollen bei der Firma zum Beispiel, bei der sie vorher gearbeitet haben oder so, dass sie sagen, ja, wir haben ja keinen Betreuungsplatz gefunden. Das heißt, die bewerben sich auf den Betreuungsplatz, obwohl die überhaupt gar keinen haben wollen und wollen eigentlich nur hören, ah, sie haben leider keinen bekommen, damit sie das dann wieder angeben können, um die Elternzeit, ja, mehr verlängern zu können, auch gegenüber der Firma und so. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Leute, die wirklich einen Platz brauchen, dass die natürlich dann ein bisschen in Schwierigkeiten geraten. Also das ist auch noch ein Grund dafür, dass eben, ja, künstlich, sage ich mal, da eine Verknappung stattfindet. Das waren jetzt mal so ein bisschen die Gründe dafür, warum eigentlich, ja, die Leute warten müssen, die Kinder. Aber ich denke, der größte Grund ist eben dieser Wandel im Familienbild, auch in der Familienstruktur, der sich da gesellschaftlich vollzogen hat mit dem größer werdenden Teilzeitsektor und alles und eben, dass die Infrastruktur der Kindergärten einfach noch gar nicht nachgekommen ist. Ich denke, wenn wir noch ein paar Jahre dem ganzen Zeit geben, dann werden die wahrscheinlich auch mehr und mehr nachkommen und wir sehen auch, dass in den letzten Jahren die Zahl so ein bisschen sinkt von den Kindern, die warten müssen. Aber es ist mal, ne, mal steigt es ein bisschen, mal sinkt es ein bisschen. Also relativ konstant bei diesen offiziellen 20.000 und vielleicht den inoffiziellen 70.000. Jetzt kommen wir dann noch zu ein paar Problemen, die dem Ganzen im Weg stehen, warum sich die Situation nicht so wirklich schnell bessert. Und das fand ich auch wieder gut. Da muss ich an den mürrischen Opa denken, der bei uns gegenüber wohnt. Manchmal gibt es die Idee, in einem Wohngebiet einen Kindergarten zu bauen, ja, mit diesen Betreuungsplätzen, Plätze, um die zu schaffen. Aber, dann wird die Baugenehmigung verhindert, weil Leute aus der Gegend klagen. Und das sind meistens ältere Leute, vor allem japanische Rentner, die sagen, ne, wenn sie hier bei uns in der Gegend einen Kindergarten bauen, dann schreien die Kinder da herum, das ist alles viel zu laut, wir wollen unsere Ruhe haben. Und das ist wirklich, ist kein Scherz, das ist ein Grund dafür, weshalb weniger Kindergärten gebaut worden werden oder warum einige verhindert worden sind, weil diese dann nämlich da geklagt haben und die Baugenehmigung verhindert haben. Also, das ist natürlich auch nicht so toll, ja, dass die Rentner dann denken, ah, kein Bock auf Kinder. Aber das ist wirklich, das ist wirklich ein Problem. Eine andere Sache, die auch super, super interessant ist, wie ich finde, diese Betreuungsplätze kosten ziemlich, ziemlich viel Steuergelder, ja, denn die sind ein bisschen subventioniert, so könnte man sagen und man sagt, dass pro Kind so ein Betreuungsplatz, gerade bei den jungen Kindern, also bei denen, die noch nicht mal ein Jahr alt sind, die erst ein paar Monate alt sind, die brauchen natürlich eine viel, viel intensivere Betreuung, dass ein Kinderplatz ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro im Monat pro Kind kostet und dann müssen die Eltern nochmal irgendwie so 4.000, 500 Euro dazu zahlen und da gibt es dann einige Politiker, die sagen, ja, Moment mal, wenn wir jetzt hier Steuergelder verbraten, sage ich mal, für einen Betreuungsplatz und das sind 4.000 bis 5.000 Euro pro Kind pro Monat, dann können wir doch einfach der Mutter oder der Familie irgendwie 1.000, 2.000 Euro geben, das, was sie vielleicht vorher bei dem Job auch bekommen hätte, sodass die einfach die Mutter das Kind zu Hause betreuen kann und dann kommen wir, dann machen wir das von Steuergeldern und dann können wir anstatt mit 4.000 bis 5.000 Euro ein Kind zu unterstützen, zu betreuen, können wir drei Familien helfen oder so. Ist ein sehr interessanter Gedanke, finde ich, ist natürlich so ein bisschen, es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, wir würden gerne arbeiten wollen, ja, die wollen dann arbeiten und die wollen auch früh wieder arbeiten. Ich meine, da ist dann auch so die Frage, die man sich stellen muss, okay, warum hat man dann das Kind bekommen, wenn man sagt, jo, ich bin 2, 3 Monate, nachdem ich das Kind bekommen habe, wieder auf der Arbeit, ich bin weg, will Karriere machen, aber das ist natürlich so ein Vorschlag, der vor allem in der heutigen Zeit in Japan funktioniert es noch, da kann man den Vorschlag machen, aber ich denke, in Deutschland würde da auch viel Kritik kommen. Ich finde es persönlich gar nicht so schlecht, denn Kindererziehung, finde ich, ist vor allem auch eine Familiensache und wenn man dann eben den Familien direkt hilft und dafür sorgt, dass die sich mehr mit dem Kind beschäftigen können, dann ist es ja eigentlich eine super Sache. Aber das ist, wie gesagt, nur so ein Vorschlag, der mal angedacht worden ist, da ist bisher nichts wirklich draus geworden und ja, mal gucken, was da in Zukunft, ob da was draus wird. Dann haben wir hier in der Verwandtschaft auch jemanden, bei dem das recht ähnlich ist, da muss die Mutter auch wieder arbeiten gehen, jetzt nach der Mutterschaftszeit und bei denen, die haben das anders gelöst, weil die haben auch gesagt, ja, hier in Osaka, das ist relativ schwierig, da einen Platz natürlich auch zu finden und da ist es jetzt so, dass die Eltern sich dann um das Kind kümmern, während Mann und Frau arbeiten sind. Das heißt, wenn man Familie in der Nähe hat, ja, also Eltern, Oma, Opa oder so, die sich dann eventuell darum kümmern können in der Zeit um das Kind, dann ist das natürlich, funktioniert das relativ gut, dann hat man natürlich auch nicht diese Kosten für die Kinderbetreuung und so, aber das ist natürlich auch nicht immer der Fall, denn viele Familien wohnen vielleicht ganz woanders, die wohnen nicht direkt um die Ecke oder in der Nähe, so dass man das gut managen kann. Da sieht man auch wieder in Japan, die Familie war und ist eigentlich sehr wichtig, aber in den letzten Jahren, ne, kommt der Individualismus auch immer so ein bisschen mehr rein in Japan und viele Familien wohnen getrennt, also Oma und Opa wohnen woanders, die Eltern wohnen dann vielleicht woanders, diese Mehrgenerationshaushalte, die es mal gab, die werden auch immer weniger in Japan und das sorgt natürlich auch dafür, dass es Probleme bei der Kindererziehung gibt, weil sich eben nicht mehr die ganzen Generationen, sage ich jetzt mal, um das Kind kümmern können und die Unterstützung da auch einfach weniger ist. Da sehen wir auch wieder, die Gesellschaft hat sich geändert, die Familienstruktur und das Bild hat sich geändert, aber all die anderen Sachen, die Infrastruktur und so, das ist alles einfach noch nicht mit diesem Wandel nachgekommen. Ja, da fragt man sich natürlich, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Geburtenrate in Japan mal wieder steigt, dann müsste das Ganze ja komplett explodieren und dann müsste das Problem ja noch viel, viel größer werden. Aber auf der einen Seite, die Japaner wollen mehr Kinder haben, ne, weil Geburtenrate braucht man ja, die muss hochgesetzt werden. Auf der anderen Seite ist halt leider die Infrastruktur nicht ganz so gut und gerade wenn es beide arbeiten gehen müssen in der Familie, dann ist es relativ schwer. Also ich denke, man sollte vielleicht den Fokus wieder ein bisschen mehr auf die Familie setzen und sagen, ey komm, es ist wichtig, dass man mit Familie lebt, dass die Familie sich auch um die Kindererziehung kümmert und dass das irgendwie funktioniert. Aber was man halt momentan sieht ist, man hat eher einen Trend hin in Richtung zu Individualismus und Verwirklichung und Karriere und allem drum und dran und einige wollen nebenbei dann halt noch die Kinder irgendwie machen und merken, dass das gar nicht gut funktioniert und die Gesellschaft merkt eigentlich auch, dass es nicht gut funktioniert, aber man versucht, Maßnahmen zu ergreifen, die im Grunde nicht wirklich viel bringen und ich bin gespannt, wann man da irgendwann mal merkt, okay, eigentlich bringt es das gar nicht so wirklich. Wir müssen uns eigentlich mal überlegen, welches Familienbild wollen wir haben? Wie wollen wir das Land strukturieren, gesellschaftlich? Welche Verdienstmöglichkeiten wollen wir bringen? Ist es wirklich gut, dass beide Elternteile arbeiten gehen müssen oder machen wir es vielleicht irgendwie wieder so, dass das Gehalt des Mannes oder der Frau ausreicht, um die Familie zu ernähren? Das sind, denke ich, alles Fragen, die man sich mal wirklich tiefgründig stellen muss in der Gesellschaft und die sich Japan auch stellen muss und wo sich Japan mal überlegen muss, okay, was für eine Work-Life-Balance wollen wir da haben? Wie wollen wir Job und Familie zusammenbringen? Wie um alles in der Welt soll das vernünftig und gut funktionieren? Denn momentan funktioniert es mehr schlecht als recht. Das ist also das Problem mit den Kindergartenplätzen beziehungsweise, wenn man ein dreijähriges Kind hat, dann ist es wieder einfacher, in den Kindergarten zu kommen. Das ist dann nicht so unbedingt das Problem, aber halt diese Kinder, diese intensive Betreuung, die die Kinder in den ersten drei Jahren brauchen, die halt irgendwo in dem Kindergartenplatz oder so, das machen zu lassen, das ist dann in größeren Städten schon ein Problem. Hier in Osaka zum Beispiel, bei uns warten auch, da gibt es Wartelisten, also, ne, das ist ein Problem in Tokio, ein Problem in Osaka. Ist leider nicht ganz so einfach. Wusstet ihr von diesem Problem? Das würde mich auch interessieren. Wusstet ihr davon, dass es da zu wenig Kinderbetreuungsplätze gibt? Und wenn ja, wie seid ihr denn mit den Berührungen gekommen? Lebt ihr vielleicht selbst in Japan und habt das Problem? Schreibt mir da gerne auch von euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt in eurer Stadt in Japan, in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass ihr was Neues über Japan lernen konntet, dass ihr irgendwas hier aus diesem Video mitnehmen konntet. Das würde mich freuen und schaut nochmal gerne in die Videobeschreibung, denn da gibt es noch einige Links, über die ihr mich und meine Arbeit hier unterstützen könnt und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, bye bye! Bis dann, bye! Bis zum nächsten Mal.